Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Hamm. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1300 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017